Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei dem Flugzeug musst du zuerst die Motoren starten. Darum würde ich sagen, fangen wir an und gehen hier auf maximale Power. Valentino, ein Italiener am Herd, das heisst die Kochlöffel werden mehr nach Leidenschaft denn nach Rezept geschwungen. Was es genau gibt heute Abend, das kann ich am Ende des Abends sagen. Ungefähr den grossen Rahmen kann ich natürlich nennen. Wir werden mit Hummer etwas machen. Wir werden mit Crevettes Coquise Saint-Jacques etwas machen. Pfeffermünze, Lemongrass usw. Es ist eigentlich ein Gemisch, das spontan ist und spontan gekocht wird. Und wo es Ende wird, das werden wir am Schluss sehen. Und so sieht das Endresultat dann aus. Als Vorspeise gibt es Jakobsmuscheln, Krewetten und Pilze. Ein Hummer mit Reis folgt als Hauptgang. Und ein Fruchtsalat rundet das Dinner ab. Die Zeit rast. Valentino hat grosses vor. Schon zum Aperon gibt es drei verschiedene Fischhäppchen. Die Gäste können kommen. Und da sind sie auch schon. So, dann hört es keine Leute. Hallo! Ah! Ja! Können wir ihn jetzt da? Gell, mit dem Jacken? Kaum Hallo gesagt, hat Valentino seine erste Überraschung parat. Urania und Paolo aus Brasilien hat der Gastgeber als Servicepersonal engagiert. Sehr sympathisch natürlich. Das ist allerdings schon ein erster Regelverstoss. Wenn man jetzt mal davon abzieht, dass die Regeln heissen, man muss alles selber machen, dann geht es sicherlich nicht eins zu eins zu diesen Regeln. Aber ich bin eigentlich ziemlich offen. Ich finde, mich hat das jetzt überhaupt nicht gestört. Bei so einer Aussicht, bei so einem Haus, bei so einer Umgebung gehört vielleicht das bedienstete Personal einfach dazu. Ich weiss es zu wenig. Aber irgendwie ist es mir halt ein bisschen so facher wie halt im Film. Herr Rhein spaziert ins exklusive Valentino-Reich. Ihr könnt hier rauflaufen, mit keiner Angst haben. Nehmt mal Platz an der Bar. Ich hole uns mal den ersten Aperitif. Wie bin ich hier? Ist es ähnlich? Monika! Danke vielmals. Wir haben hier drei verschiedene Sächerchen. Das eine ist ein kleines Turr Carpaccio, mit ein bisschen Kapper und ein bisschen Piperoncini, ein bisschen scharf und ein bisschen weniger scharf. Zwei verschiedene Sardellen, auch wieder mit ein bisschen Oliven rein gehackt. Also alles eigentlich auf dem Fischbereich. Ihr müsst, wie gesagt, natürlich nicht alles essen, sondern auch ein bisschen probieren und so. Gibt es nachher noch mehr? Es gibt noch mehr, ein bisschen mehr. Und das bereitet Valentino jetzt vor. Ich habe normalerweise keine Sardellen, aber jetzt habe ich es irgendwie. Was nicht zu meinem Fall war, waren hier die Sardellen. Ich hasse Sardellen. Ich habe gar nicht gerne Sardellen. Zack! Also hier haben wir das. Das ist 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 das. Mit sich selbst, statt mit den Gästen. Ich habe das sehr schade gefunden eigentlich, dass der Valentino so wenig bei uns war. Vor allem darum, weil ich ihn so einen lässigen Typ finde. Weil ich ihn so eine interessante Person finde. Einfach, ich rede sehr gerne mit ihm und ich habe es dann eben ein bisschen schade gefunden, dass es dann einfach mehr während der Messe, die bei uns gestanden sind und nicht er selber. Da kommt der Hausherr für einmal persönlich. Mit der Vorspeise einer Komposition aus Jakobsmuscheln, Krevetten und Pilzsalat. Die Vorspeise mit Jakobsmuscheln und Krevetten, die war sehr, sehr gut. Das Einzige, was wir nicht dazu gesagt haben, das war das Champignon. Das hat es, glaube ich, noch dazu gegeben. Das hat mich nicht so gewundert, aber das andere war wunderbar. Nicht nur der Gastgeber erhält Komplimente. Die schönen Auge, der junge Boy hat. Vielen, vielen Mal empfehlen. Lange Wintern. Tschüss. Nein, ich habe auch sehr lange Finger, so meine ich. Es ist wirklich so. So. Sehr guten Wein. Carina Berger sieht aus anders. Derweil ist nicht speziell, was Carina Berger da riecht, sind Spülmittelresten. Ich habe am Anfang nicht genau gewusst, was es ist. Wieso er so riecht. Aber er hat ja dann selber herausgefunden, dass es Spülmittel ist. Ich wollte einfach nachständig sein und fand ihn speziell. Neue Gläser, neues Glück. Der exquisite Hummer ist an der Reihe. Ah, sorry. Reto Scherrer scheint das Zangentier nicht so geheuer zu sein. Und geniessen sieht irgendwie auch anders aus. Das Problem ist schon, wenn man Fisch nicht gerne hat und dann gibt es dreimal aneinander Fisch. Dann hat man schlicht und einfach ein Problem. Ein anderes Problem löst Valentino mit roher Gewalt. Das ist aber noch nicht alles in Sachen Show. Sambatanzen ist angesagt. Die Tanzeinlage war für mich ein bisschen speziell. Ich war einfach zu wenig blau, um zu tanzen zu können. Es war dann zuerst ein wenig unangenehm, weil wir dann einfach mussten. Vielleicht hätte man am Schluss tanzen, nach dem dritten, vierten Amaretto. Und nicht gleich dort nach dem Hauptgang. Ich bin natürlich absoluter Brasilien-Fan, oder? Und ich habe schon so viele Ferien dort verbracht. Ich habe jetzt die Einlage gefunden, wie wenn ich jetzt irgendwie sonst einen gelungenen Abend noch runterrunde. Und damit es auch ganz sicher ein gelungener Abend wird, vor allem in rührblitechnischer Hinsicht, trumpft Valentino während des Fruchtsalats noch mit grosszügigen Ostergeschenken auf. Doch da geht der Schuss schon wieder nach hinten los. Super. Hast du alles noch im Budget rumgelegt? Nein. Ich finde es natürlich schade, dass er das Budget ein bisschen überzeugt hat auf die einen Seite. Das muss ich sagen, das ist vielleicht nicht korrekt. Das ist klar. Auf die anderen Seite, wenn man so wohnt wie er, dann würde ich mal meinen, dann muss man fast das Budget überziehen. Ob das Auswirkungen auf die Rühbli-Bewertung hat? Einmal muss man nehmen, wegen der Vorspeise und wegen dem Champignonsalat, der ein wenig scharf war. Die Vier, die hättest du verdient. Aber jetzt hast du das Budget überzogen. Du darfst dir noch drei geben. Eins kann man dann auch noch geben, für den Spülwein und die milchigen Gläser. Darum, vier Rühbli von meiner Seite. Ich würde dir von Herzen gerne fünf Rühbli geben. Aber weil du so wenig bei uns warst, während dem Kachen und ich dich wirklich eine spannende Person finde, gebe ich dir mal vier und vielleicht muss ich jetzt noch eins wegnehmen, wie es drei mal Fisch gegeben hat. Mach zusammen zehn von 15 möglichen Rühbli für Valentino. Ich bin doch gar keine Rolle, ob die Hunger ein wenig scharf oder versalzen oder gummig sind oder was eben. Die Leute müssen lachen. Und wenn es von hier aus kommt, dann ist das doch schon lange hundert Rühbli. Oder ich bin doch gar keine Rolle, eins Rühbli, fünf Rühbli oder was auch immer. Ich habe es lesegefunden, ich habe es gerne gemacht. Total Freude. Und ich werde schon jetzt vermissen, wenn es dann aufhört, die ganze Sendung. Morgen steht Carina Berger als Letzte, der vier Promiköcher am Erd. Ob sie ihre Konkurrenten auf der Zielgerade noch überholt? Sehen Sie morgen das grosse Finale um das goldene Rühbli. Carina Bergerber